ja hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder mit dabei seid hier auf münsterland tv tv bei mount and blade 2 banner lord und wir können direkt mal reinschauen es gibt wo welche die wir die zu uns wollen das geht auch das geht schon wir haben welche verloren da wird als erstes einmal den nehmen das erste wert erwarten ein pferd das bringt auch eine pferde immer erst mal den die beiden dann können die nämlich schon mal aufleveln dann haben wir hier keine solche bogenschütze oder abgut kaiserliche infanterie wir haben gesagt wir brauchen bogenschützen genau jetzt zumindest fünf das schon mal gut mehr kümmer aktuell nicht aufnehmen ich bin geheilt schon auf 71 prozent so und daher können wir zumindest mal aufhören können wir in die arena gucken dem turnier bei das kann das sehr peinlich werden oder auch nicht aber ihr seht zumindest mal so ein turnier wie es läuft viel spaß so und überspringen weil ich bin in der ersten und nicht dabei jetzt darf ich den einsatz machen 150 und dann beitreten mal gucken wie es geht ok haben wir geschafft so eine runde beobachten nein nein jetzt muss man weitermachen beobachten scheint jetzt auch gleich beendet zu sein ok muss dann einfach so also hier überspringen ist dann das beste das werden die gegner für da und dann können wir den einsatz erhöhen annehmen beitreten vielleicht gesehen worum es geht da geschafft noch nicht gefeiert ok und überspringen einsatz und jetzt geht es um den kampf eigentlich noch nicht annehmen geht um den finaleinzug ja zu zweit ist halt auch gemein die beiden sind eingezogen überspringen verlassen hätte auch gut ausgegangen und von daher habt das auch mal gesehen wie so ein turnier geht kann man auf jeden fall mal mitmachen sollte aber geld haben wenn es zeit schief geht dass er noch mal ich glaube nicht arena gehen wir verlassen die stadt und schauen uns mal noch ein bisschen um hier nach blinderer oder so auch ein bisschen ruhm da sind zu wenig wir sollten jetzt schon zweistellig sein wenn wir jetzt die hat hier angreifen 22 28 kommen oder angriff jetzt da ja wieder mitmachen da war zu wenig energie 5 2 6 5 5 5 5 6 5 5 6 6 Geh'em hell! es geht halt besser aus wenn man dabei ist nicht jetzt wegen mir sondern einfach einfach so so die truppen können nicht aufnehmen und dran nehmen auch auf zum verkauf spitzhacke das war ich da wo es immer komplett mit ja wo wir weiter um wir sagen beide wenn es sein muss können auch mal eine größte mal sehen wir helfen jetzt nur aber ist okay das auch mal so war noch mal 1 2 und dann schützen die sich ein bisschen mehr weh 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 Ich bin aufgemütet. War schon. Ich dachte mir vor, es ist eine Party und keiner geht hin. Aber ich wollte auch gar nicht. Ich wollte mich nicht vordrängeln. Ich habe auch kaum Moral bekommen. Einen Dollar habe ich bekommen. Er hat sich auch nicht mehr bedankt bei mir. Die ist trotzdem gelevelt. Ne, die wollen alle noch mit. Ich mache es aber aktuell keinen Sinn. Guck mal hier. Guck mal hier. Auf das wäre schon nice. Ich habe hier noch eins zum Bogen schützen. Hier muss ich mal ganz kurz gucken. Ausgebildete Infanterie. Ausgebildete Bogenschutzinfanterie. Das heißt, er kann jetzt entweder dafür oder da werden. Na doch hier drüben Infanterie. Dann hat er ein Schild dabei. Und hier muss man noch warten, bis wir einen Kriegsrost haben. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier eins kriegen. Ein Kriegsrost. Handeln. Ne, haben wir nicht. Okay, verlassen. Hier war da noch eins, ne? Ein Pferdegestüt-Ding. Da oben. Komm. Ziehen wir erstmal weiter. Schade, die trennen sich. Kriegsrost. Kriegsrost. Hier holen wir uns die 19. Haben wir hier. Ach ja. Der tritt ab. Ist gut. Hammer. Die haben wir für uns. Angriff. Mag das nicht aus der Perspektive. Wo kommen die denn her? Okay. Arrows. Step onward. Step move. Arrows. Infanterie. Move. Step moving. odlead. Schnell rausger lionsatz. Angriff. Fall. εミ niet. Genre mit clips. Schnellen, wang Kids. warp, 5 cent 오늘 die. Schnellen personnelle. Angela. Angriffimeter behold. ich würde schon ein bisschen vorhalten ja ins bein geschossen vielleicht die ruhe war ich glaube ich aber knapp weiter so entkommen und da hat man mit heute kriegen wir ja auch damit dass das hier schön ist glaube ich so zack ist das ist eine stadt mal gucken da wendel mal ein bisschen verkaufen können haben glaube ich zu viel mittlerweile geladen hier so erstmal ist ja was in der arena und turnier bei aber gleich noch mal gucken haben wir hier einen kriegs ross müssten verkaufen 924 ok erstmal dann gehen wir zur arena mal gucken wie es die mal ausgeht schaffen auch in der folge wird dem turnier bei müssen auch noch mal ganz kurz was einmal noch zur taverne sonst du vergesst es wieder zwei lassen wir okay wir haben wir jetzt achtens form das heißt dürfen kein zurück zum station zu arena turnier beitreten okay einsatz und diesmal gibt es einen helm ich glaube ich muss das hier auch für das geld annehmen ja 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 Das Gelb, der gehört zu mir. Ah, jetzt liege ich, Mist. Jetzt hoffe ich, dass Gelb weiter kommt, aber ich glaube nicht. Das ist noch ein Gelber her. Sieht gut aus. Nee, nur noch einer, übrigens. Halt durch! Jo. Aber er steht da. Was, wie cool, du verließ grad. Wie cool. Wo sich neues Pferd aus. Nein. Na, denk grad, ich steuere den nicht, ne? Warte mal, ich bei mir sehe die Haftstimme aus, glaube ich. Und noch mal Schwung. Ja, das war's. Wir sind raus. Schade. Oh doch, ich darf noch mit einsetzen. Annehmen. Gut. Vielleicht war ich mit allerletzten mal keiner durch sein. Die. 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 Ach, ich habe mal gewonnen. Draum zu glauben. Puh. Einzug ins Finale. Ich glaube, dass sich schief. Boah, macht das spannend. Ist es geschafft? Ich glaube ja, ne? So, jetzt kann es nur noch schief gehen. Und treten. Oh, ich habe gewonnen! Sieg! Oh, hier Einnahmen! Und hier das Ding, ne? Und Einfluss haben wir ein bisschen. Sehr gut. So, da können wir uns mal direkt schauen, was wir hier... Ne, das nicht. Ich wollte gleich mal gucken. Gruppe? Ne, hier Material, das. So, das Ding ist gleich besser als unser, ne? Ja. Zwar schwerer, aber Körperrüstung, so. Sehr schön. Da können wir stolz drauf sein. Ich würde das verkaufen. Jetzt schmeißen wir das so weg, ne? Sehr schön. Fertig. Wie wichtig ist das Geld schon? Andere mal gucken. Haben wir hier einen Kriegsroß? Ne, haben wir nicht. Okay. Wir nennen Waffe, die interessant wäre für uns. Vielleicht einen... Ja, die holen wir uns aber aus dem Krieg, aus dem Krieg, ja, aus dem Gefecht. Holen wir uns die mal raus, wenn... Und ein Lastenpferd haben wir nur. Wir haben nur Lastenpferde. Das ist besser als unser Pferd. Manöver. Trefferpunkte. Wüstenpferd. Da noch eins von holen. So, dann haben wir jetzt erstmal... ...ein Wüstenpferd. Ist besser nochmal, ne? Das darf ich noch gar nicht. Stimmt. Das darf ich ja nicht. Von daher ist das erstmal ganz okay so. Haben wir denn in der Taverne schon? Fangen... ne? Haben die jetzt alle verkauft? Ich hoffe nicht. Ähm... Verlassen. Ähm... Ja, wir gucken mal. Ah, vier Plündereisen, ein bisschen wenig. Guck mal die. Nehmen wir die, ne? Gewaltbanditen. Werden wir sie kriegen. Ach, jetzt haben wir sie. Machen wir noch, ne? Guck mal. Guck mal den Griff. Ah, okay. Ja. Bowmen! Move onwards! Warriors! Move onwards! Form a wedge! Get forward! Move onwards! Foes! Move, get moving! Huh? Ah! Ah! Die würde ich gern... Zum... Nichts! Fromυ guilt! Drist als Winter. Der Noyen wird es abajo. Musik Ja. uli liksom Schubert! Was für uns? ich habe es ja alle verkauft das ist blöd gewesen aber naja waren die voll also von daher haben wir jetzt nicht für uns aber was am arm nehmen aber noch nichts etwas draufsetzen als es immer kurs am hals kriegen dann haben wir noch nie was gesehen bis jetzt wie besser als unsere jetzt in unsere pfeiler liegen so ein gucken dass wir das vielleicht schon alles hammer okay das gesichert ja und damit fahre ich mich für die folge für heute ich hoffe es hat spaß gemacht was den daumen da und wir sehen uns wieder zur nächsten schlacht bis dahin ja